3 mal energiepreispauschale gleich 900 euro in einer person ist das möglich mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de das thema energiepreispauschale lässt uns aktuell wirklich nicht mehr los wir bekommen sehr sehr viele anfragen zu diesem thema auf unserer internetseite wir kommen sozusagen mit der bearbeitung gar nicht mehr hinterher also liebe interessenten bitte schauen sie auf unserer faqs da finden sie vieles zum thema energiepreispauschale hier die anfrage die heute reingekommen ist ganz interessant ich bin rentner einer erwerbsminderungsrente und habe im jahr 2022 wechselnde jobs in form eines mini jobs oder aktuell eines midi jobs gehabt habe ich deshalb dreimal anspruch auf die energiepreispauschale als rentner also gleich 900 euro zweimal aus den wechselnden jobs und einmal aus dem rentenbezug nein sie können maximal zweimal die energiepreispauschale als rentner und als erwerbstätiger in anspruch nehmen als erwerbstätiger wenn sie am ersten neunten 22 in einem ersten direkten arbeitsverhältnis oder dienst verhältnis gestanden haben und dieses auch entweder lohnsteuerpflichtig oder pauschal versteuerter mini job gewesen ist also wenn sie zum beispiel mit einem ihrer jobs am ersten neunten da in einem arbeitsverhältnis waren haben sie anspruch auf einmal 300 euro energiepreispauschale und wenn sie am ersten 12 22 anspruch und auszahlung auf ihre em rente weiterhin haben sollten haben sie dann auch noch mal anspruch auf weitere 300 euro energiepreispauschale als rentner beide energiepreispauschalen werden nicht miteinander verrechnet und sie werden sozusagen nicht 900 euro bekommen in summe sondern maximal 600 euro daher gibt es in dieser fall konstellation mit mehreren jobs niemals zweimal 300 euro energiepreispauschale aus einer erwerbstätigkeit denn das ist gesetzlich ausgeschlossen und maximal noch einmal dazu 300 euro energiepreispauschale als rentner näheres zu diesem thema finden sie auf www rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel